Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 2. September 2018. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Wie bereits mehrfach angekündigt und nie eingehalten. Dann werden wir uns heute mal wieder über Serien unterhalten. Schließlich steht dieser Podcast ja auch unter dem Motto Filmserie-Podcast. Hauptsächlich ist es halt ein Filmpodcast geworden. Aber wir starten heute in die dritte Staffel unseres Serieneintopfs. Und im Gegensatz zu den letzten beiden Malen, wo wir eigentlich alles genommen haben, was wir geguckt haben und drüber gequatscht haben. Und das ging irgendwie so über zwei Stunden? Irgendwie zwei Stunden lang, ja, gefühlt. Dachten wir uns, wir machen das heute ein bisschen anders. Etwas komprimierter. Genau. Und wir werden uns heute, wir haben uns heute mal so die Top 5 rausgesucht der letzten Monate. Der letzten Monate heißt konkret… Neun Monate. Genau. Wir haben am 10.12.2017 unseren letzten Serieneintopf aufgenommen. Genau. Und das heißt, es sind neun Monate vergangen. Ich weiß nicht, ob du sie gezählt hast, aber ich habe jetzt… Ja, 24. Ich auch. 24, 25 Serien waren es. Ey, ich habe aber mehr geguckt wie du. Ja, weiß nicht. Ich habe ja auch die eine oder andere geguckt, die du nicht geguckt hast. Sicher. Äh, ja. Vielleicht hast du ja auch eine vergessen. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch. Ja, wir haben das nämlich unabhängig voneinander getan, wie man schon hört. Ja. Ohne Spickeln. Wie gesagt, es waren so um den Dreh, Pi mal Daumen, haben wir 25 Serien geguckt, fast immer die gleichen. Das, was man da übrigens hört, ist ein leckerer Tee, den Donja gerade geschlüpft hat. Darf ich den jetzt nicht mehr trinken? Doch, natürlich. Okay. Trinken geht, essen geht gar nicht beim Podcasten. Nein, machen wir ja auch nicht. Machen wir noch nie gemacht. Nee. Ja, jedenfalls… Eigentlich sollten wir Popcorn währenddessen immer essen. Ja, genau. Super. Es wäre thematenspassend, aber dann hätten wir gar keine Hörer mehr. Genau. Oder wir lassen irgendjemand im Hintergrund sitzen, der Popcorn und Nachos ist. Genau. Und dann mit Popcornwürfen. Und dann mit dem Mottofeeling in den Podcasts übertragen. Und der dann immer blöde Bemerkungen macht. Ja, genau. Ah, ist überhaupt nicht real. Mhm. Oder immer an den falschen Stellen lacht. So ein Engagieren wir uns. Ja, ja. So was lieben wir ja auch. Oder permanent Aufstehen, um aufs Klo zu gehen. Und man muss aber vor uns vorbeigehen. Das wird schwierig. Ja. Man muss über den Tisch kriegen. Okay, jetzt werden wir albern. Ja. Wie dem auch sei, jeder von uns hat sich fünf, wir haben uns unabhängig voneinander, fünf Top-fünf-Serien der letzten neun Monate rausgepickt. Es kann Überschneidungen geben. Wir wissen es noch nicht. Es wird wahrscheinlich Überschneidungen geben. Bin aber gespannt, wie du deine Serien quasi, wie sagt man denn, gerankt, 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 ein, ein, ja, platziert hast. Weißt es auf Deutsch genau. Außerdem haben wir uns noch so, jeder für sich so ein paar Enttäuschungen auch überlegt. Und ja, ich würde einfach sagen, du fängst mal mit der, mit deiner fünf an, mit dem fünften Platz auf deiner Liste. Ja, also ich habe lang überlegt und es war wirklich schwierig, weil, ich meine, 24 Serien, neun Monate, da hat man natürlich alles auch nicht mehr so, ist einem nicht mehr alles so bewusst und man muss jetzt halt wirklich überlegen. Also ich habe mir diese Top-fünf unter folgenden Voraussetzungen zusammengeschustert. Und zwar, was hat mich so ein bisschen angesuchtet, um es mal so zu sagen, was ich am liebsten so durchgeschaut habe oder wo ich einfach nicht aufhören konnte oder was mich nachhaltig irgendwie begeistert hat. Und ich natürlich auch jetzt, was ich jetzt hier in die Top-fünf genommen habe, ich gerne auch weiter empfehlen möchte. So, und ich fange jetzt ganz schnell und ganz knapp mit der Top-fünf an. Also meine Nummer fünf ist Happy. Ausrufezeichen. Mhm. Genau. Basiert auf einem Comic. Und der Creator ist der Grant Morrison. Es besteht bis jetzt eine Staffel und die läuft auf Netflix. Es sind acht Folgen und eine Folge hat eine Laufzeit von einer Stunde. Das ist, glaube ich, so ein neu etablierter Standard irgendwie, gell? Eine Stunde, ja. Dann hat die Serien grundsätzlich verkürzt von früher, ja, 24 Folgen auf mittlerweile mindestens die Hälfte. 13 ist, glaube ich, immer so das Höchste der Gefühle. Ja, 10, 12 so. Dafür wurden sie jetzt eine Stunde lang, ne? Genau. Ja, und jetzt habe ich das gar nicht dazu geschrieben, aber ich, auf jeden Fall, Happy ist ab 18. Und die Darsteller ist der Christopher Meloni, Richie Costa, Lili Mironic, Patton Oswald, der spricht dann Happy, Bryce Lorenzo, Medina, jetzt kann ich wieder mal schriften, Isaac Hoare, Patrick Fischler. Genau, das ist nämlich dieser Irre. So. Und um was geht's? Um was geht's? Also, Happy ist, was soll man sagen, eine imaginäre Figur eines kleinen Mädchens. Und Happy ist ein blaues, ein blaues, ein blaues, ein blaues, ein blaues, plüschiges, fliegendes, fliegendes Einhorn. Und ich liebe Happy und deswegen musste das auch in meine Top 5. Dachte ich mir. Weil ich, ja, weil ich, ich abgöttisch dieses kleine, plüschige Pferd liebe. Ja, und es geht ja im Grunde darum, dass das Mädchen wird empführt und Happy, also ihr imaginärer Freund, tut sich dann mit dem ziemlich abgehalfterten Vater des kleinen Mädchens zusammen. Der ein Ex-Cop ist. Genau, Ex-Cop und Privatdetektiv mit zweifelhaften Methoden. Genau. Säufer und, naja, der hat, glaube ich, mit seinem Leben so ziemlich abgeschlossen. Ja. Tut sich mit dem zusammen, um das, seine Tochter zu finden. Genau. Ja, er ist am Anfang nicht ganz, nicht ganz kooperationsbereit. Nein, und auch nicht sehr happy. Und auch nicht sehr happy mit diesem Pferdchen. Und ja, es ist halt sehr, ich finde es sehr, sehr witzig. Es ist auch sehr gewalttätig, deswegen auch ab 18. Es ist halt was völlig anderes. Es ist halt, es ist halt eine Comicvorlage und das merkt man dem Ganzen halt auch an. Es hat aber trotzdem auch seine schönen Momente. Mhm. Und das Ganze ist trotzdem, also auch wenn Gewalt vorkommt, sie ist nicht verherrlichend. Ja. Das finde ich halt auch nochmal ganz wichtig. Und ja, okay, er ist halt einfach, er ist halt der Ex-Cop. Das ist halt einfach ein Tier. Und dementsprechend geht es halt auch zu und irgendwie kriegt der noch nichts kaputt. Es ist halt ein sehr anarchischer Humor, den wir beide eigentlich schon mögen. Ja. Also das ist so, ich sage immer, wenn brachial, dann so. Mhm. Und ja, es ist, es besticht einfach durch, es ist an sich schon so eine absurde Ausgangssituation. Das ist halt, was weiß ich, ein erwachsener Mann und ein sprechendes, blaues, fliegendes Plüsch-Einhorn. Das ist halt auch noch so, ich sage mal, dieser Gewalttätigkeit und diesem, dieser, dieser Anarchie von ihm quasi, so diese Naivität eines Kindes gegenüberstellt. Ja. Und es ist halt einfach auch so süß, weil, weil er halt auch, ja, also das ist ein, ein Gutmensch in Plüsch, also ein, ein Gut, ein Gutpferd in Plüsch, sozusagen. Und es ist halt einfach süß, wie er dann halt sich auch um die, Hayley nennt sich die Tochter, wie es dann halt immer bangt und versucht, die zu finden. Und ja, es ist halt, das sind halt wieder diese herzerwärmenden Seiten dieser Serie und ja, absolut in meiner Top 5 die letzten Monate und eine dicke Must-See-Empfehlung. Ja, finde ich auch. Also es ist, ich kann, soweit kann ich spoilern, es ist nicht in meiner Top 5 gelandet, aber es ist definitiv eine, eine, wie sagt man denn, im Englischen heißt es Honorable Mention, eine ehrenwerte Nennung wert. Erwähnung. Erwähnung, genau. Ja. Bist du durch mit deiner? Ja, ich bin durch. Mit deiner 5. Dann komme ich zu meiner 5. Und das ist Black Mirror. Okay. Black Mirror ist, also man muss, ich muss dazusagen, ich habe ja ähnliche Kriterien angelegt wie du und muss sagen, dass sich die Top 5 schon sehr dicht aneinander schmiegen. Ja, also da gibt es nicht viel Luft dazwischen. Das heißt, es sind nur Nuancen dazwischen, die mich dazu bewogen haben, jetzt eine Serie weiter oben zu platzieren als eine andere. Black Mirror ist deswegen auf Platz 5, weil, also die Serie, kurz zur Serie, die mittlerweile sind vier Staffeln erschienen. Alle kann man auf Netflix gucken. Die Serie läuft schon seit 2011. Sind in der ersten Staffel noch drei, in der zweiten vier, in der dritten und in der vierten sechs Folgen. Eine Stunde. Ist von Charlie Brooker. Das ist der Schöpfer dieser Serie. Und es ist eine Anthologie-Serie, die eine verdrehte Hightech-Welt erforscht, in der die größten Innovationen und die dunkelsten Instinkte der Menschheit aufeinanderprallen. So habe ich die Beschreibung mal rausgeschrieben. Ah, hast du den Text rausgeschrieben? Nein, das war so bei der IMDb. Hat 8,9 von 10 auf IMDb, vollkommen zu Recht. Wird ziemlich hoch gelobt. Du hast zwei Anläufe gebraucht, die zu gucken. Ich glaube, wir haben sogar schon im letzten Serien-Eintopf mal drüber gesprochen. Es ist so, dass die Güte dieser Serie, also es schwankt so ein bisschen. Dadurch, dass es halt eine Anthologie-Serie ist, kann es schon halt sein, dass manchmal die Qualität oder wie einem so halt eine Folge gefällt. Sagen wir es mal so. Auch von der Thematik dann her. Genau, von der Thematik her schwankt das halt. Also das heißt nicht, dass die qualitativ schlechter ist, sondern die sind durchwegs sehr, sehr gut. Aber manche gefallen einem halt besser und manche halt nicht. Und ich glaube, dass da so das Who is Who des britischen, an britischer Schauspielkunst vertreten ist. Ja, ich weiß noch, an der ersten Staffel, die Hayley Atwell spielt da mit, der, wer spielt da noch alle mit, die Bryce Dallas Howard spielt auch mal mit, der Domhnall Griesen, glaube ich, spielt mit. Also ist es, die, wie heißt die, die neue, ähm, die neue, der neue Doktor? Sag's mir. Der neue Doktor? Ja. Doktor Who? Die Jodie Whittaker, die spielt auch mal mit. Also man sieht Gesichter, man sieht die Gesichter und man kennt sie. Auch der von Get Out, dieser Schwarze, spielt mal in der Folge mit. Das ist alles sogar noch in der ersten Staffel, glaube ich. Ähm, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Über die Qualität, äh, oder die, die einzelnen Episoden lässt sich sicher streiten. Manche sagen auch, dass die vierte Staffel so ein bisschen, äh, abfällt von der Qualität her. Das, das kann ich bestätigen. Ähm, hat uns nicht mehr ganz so, so mitgerissen, aber durchweg, ähm, fantastische Serie. Ich freue mich sehr auf die, ähm, auf die fünfte Staffel, wenn sie denn kommt. Ist es eine großartige, ist eine großartige, äh, Serie, die in jedem Falle, also die, die in keiner, wie sagt man denn? Sollte in keiner... Watchlist? Genau, danke. In keiner Watchlist, äh, fehlen, solltet ihr die noch nicht gesehen haben, ja. Ähm, ihr müsst euch so ein bisschen über die erste Folge, äh, da müsst ihr mal drüber, da müsst ihr mal durch. Und ja, oder ihr lasst sie einfach weg. Doch. Nee, nee. Na, ist furchtbar. Und, äh, ja. Also, das war ja der Grund, warum ich nicht weitergeguckt habe. Das war die erste. Und die ist wirklich, also, äh, also eklig, das, das trifft es nicht mehr an, ja. Das ist wirklich, ich glaube, das englische Wort disgusting, das trifft es richtig, abstoßend. Ja, aber du hast, ähm, nachdem ich ja weitergeguckt habe als du und, ähm, nicht nur ich, sondern halt auch, ähm, die Allgemeinheit sehr, sehr begeistert war, hast du dich da noch mal... Ja, weil ab der vierten Staffel dann halt immer wieder drüber gesprochen wurde und dann halt, ich glaube, Jodie Foster hat ja auch eine Regie geführt, das war das mit der Helikoptermutter. Und, ähm, ich meine, die Ansätze sind super, weil halt wirklich, es macht einem halt schon Angst, wenn, ähm, ja, weil die Segen der Technologie und des Internets und, und allem, was wir, was, von was wir umgeben werden. Ich meine, es gibt halt alles seine Vor- und Nachteile und diese Dystopien, wie die, die ja gezeigt werden, ist halt einfach, was diese Technologie halt auch mit uns machen könnte. Und da kann es einem dann schon mal ganz, mal ganz anders werden. Ähm, gerade die eine, also, die, wo halt, also die, die Folge, die einem wirklich immer im Gedächtnis bleibt, das ist die mit Dylan Bryce Howard. Bryce Dallas. Bryce Dallas Howard. Ja. Bryce Dallas. Dylan. Ja, mit dem, mit dem Liken. Mit dem Liken, genau. Also, dass halt auch dieses Ganze, und es ist tatsächlich auch schon so, in China, dass, äh, je nachdem, wie dein, dein Gesellschaftsscore halt auch ist, dass du dementsprechend halt auch, äh, innerhalb, ähm, dann, ja, dass du dann halt, wenn du quasi Vor- und Nachteile hast. Vor- und Nachteile hast, genau. Also, ist jetzt nicht so, dass du dann, glaube ich, bessere Wohnungen kriegst, aber, äh, wenn du negativ auffällst, dann landest du schon auf einer Tafel. Und diese Tafeln sind halt in diesen Wohngebieten und das ist halt, ja, ich meine, das ist halt, ähm, das quasi die Timeline eines jeden nur jetzt in Real Life auf einer Tafel mitten in irgendeinem Park. Und das ist schon krass. Und das ist gar nicht so weit weg. Das ist ja das, ähm, das, ähm, das, was an, an Black Mirror, finde ich, so fantastisch ist, weil es eben gar nicht so weit weg ist. Also, das überspitzt natürlich, es nimmt irgendeine technologische Entwicklung, ähm, führt das gedanklich fort, und zwar zum Negativen. Das ist so, glaube ich, der Kern von Black Mirror. Ja. Ja. Und, äh, das Erschreckende ist halt, dass es halt bei vielen dieser, äh, Technologien, äh, gar nicht, also das nicht, das nicht so abwegig ist, was die da zeichnen. Ja. Und da tun sich halt menschliche Abgründe auf. Wie immer. Wie immer. Und das heißt ja Black Mirror, also ist eben der, der schwarze, dunkle Spiegel unserer Gesellschaft. Und das ist auch der Grund, warum man sich da durchaus mal so ein bisschen unwohl fühlt, weil es einem halt einfach einen Spiegel vorhält, äh, wo das hinführen könnte, wenn wir so weitermachen, wie bisher. Ja. Also, eine ganz, ganz dicke Serienempfehlung für alle, die Black Mirror noch nicht kennen sowieso. Für alle, die es kennen, denke ich, die werden uns da weitestgehend beipflichten. Ja, es ist nicht, es ist nicht jede, jede Folge ist ein, ist ein Volltreffer, aber alles in allem ist es definitiv eine, eine der besseren Serien der letzten Jahre. Ganz großartig. Ja. Gut, dann bist du mit einer Nummer vier dran. Ja, und zwar bei mir, ja, es war halt wirklich, wie gesagt, es war wirklich sehr schwer. Und, ähm, ich hab dann auf Nummer vier, ich glaube, beim letzten Serieneintopf haben wir auch schon über The Crown gesprochen. Mhm. Und, äh, wir haben jetzt dann Anfang, im Januar kam dann die, äh, zweite Staffel dann raus, die wir dann gesehen haben. Und, ähm, es ist halt einfach so, ich hab sie deswegen auch in die Top vier genommen, weil über zwei Staffeln halt entweckt es einfach ein, ein sehr hohes Niveau, also Serienniveau einfach ist und, ähm, darstellerisch, äh, storytechnisch. Und es ist eine Dramaserie, die in keiner Sekunde langweilig ist. Mhm. Die Schauspieler sind einfach der Wahnsinn. Ja. Allen voran die, die Claire Foy als The Queen, ähm, was die in, in ihrem Gesicht da manchmal abzeichnet oder auch nicht oder, ähm, spürbar macht oder auch nicht. Also das ist, das ist einfach der Wahnsinn und deswegen auch hier, äh, halt eine dicke Empfehlung. Ähm, der Creator ist ja der Peter Morgan. Der Peter Morgan hat, ich hab da nochmal kurz nachgeschaut, ähm, hat ja unter anderem auch den Film The Queen, das Drehbuch geschrieben. Also er ist auch schon so ein bisschen mit, äh, ist schon, äh, 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 ein bisschen vertraut mit dem Thema. Buckingham Palace. Ja, genau. Affin. Und, äh, es gibt... Queen Affin. Queen Affin, genau. Es gibt zwei Staffeln, äh, jeweils zehn Folgen, also 20 Folgen insgesamt und die Laufzeit sind 58 Minuten, also auch fast eine Stunde pro Folge. Und mitspielen tut, wie erwähnt, schon die Claire Foy, der Matt Smith als ihr Mann. Auch ein Doktor. Auch ein Doktor und... Also ein, ein... Ein Doktor Who für die Nicht-Eingeweihten. Und er ist jetzt dann Teil des Star-Wars-Universums. Habe ich auch gelesen, ja. Dass er in Episode 9 mitspielte. Genau. Und dann ist die Victoria Hamilton, die spielt dann die Queen Mom. Äh, die Vanessa Kirby ist ja jetzt auch schon sehr bekannt geworden. Die hat in Mission Impossible Fallout mitgespielt. Jeremy Northam. John Litko als Churchill in der ersten Staffel und so weiter und so fort. Und ich hab mir jetzt auch nochmal ganz schnell von allen meinen Serien, äh, die IMDb-Bewertung, äh, hat, ähm, The Crown hat eine 8,7, hat man gehört. Achso, ja, genau. Also das Klicken, das war mein Kugelschreiber. Ich hab jetzt nicht mal den ausgemacht. Wasch. Klappt doch, du klickst nicht nochmal. Ich klicke nicht mehr. Ich klicke nie wieder. Ah, er wird jetzt austrocknen. Äh, The Crown hat eine Bewertung von 8,7 und zu Recht. Und auch Happy, Ausrufezeichen, hat eine Bewertung von 8,3. Mhm. Also wir bewegen uns hier auf sehr hohem Niveau. Also ich hab auch, glaub ich, alles über 8. Definitiv über 8. Ja, bei mir ist auch alles. Scheint mir auch ein guter, ein guter Indikator zu sein. Also ich glaub, alles, was sich über 8,0 auf IMDb bewegt, äh, kann man sich durchaus mal angucken, wenn einem das Thema auch nur so ansatzweise interessiert. Das stimmt. Ja, zu The Crown, äh, auch das ist, ähm, nicht in deinem Top 5. Nicht in meinen Top 5. Ich bin erstaunt. Äh, äh, nein, es, ich find das auch eine, eine fantastische Serie. Ich glaube, die hatten wir auch schon im letzten Serieneintopf, äh, dabei, ähm, zumindest die erste Staffel. Die zweite steht dem Ganzen in, in nichts nach. Ähm, ja. Aber es ist, ich, es ist nur deswegen nicht in meinen Top 5, weil es für mich jetzt halt so, ähm, wie soll ich sagen, es gab jetzt für mich keine Steigerung in dem Sinne, dass ich sage, okay, die zweite Staffel hat mich nochmal so richtig vor den Socken gehauen, sondern sie war halt genauso gut und genauso fantastisch wie die erste. Das ist aber auch. Was, ja, was kein, kein, äh, ja, es ist nichts Negatives. Nein, nein, das nicht, aber wie oft hört man immer, das sind immer so Serien, wo, ähm, wo einem immer so ans Herz gelegt werden, so, ja, ab der dritten Folge wird's dann richtig gut oder ab der zweiten Staffel wird's dann richtig gut und das ist dann so, äh. Ja, hätten sie mal das in der ersten gut gemacht, ja. Ja, genau, also, das hört man halt immer wieder und es ist, ähm, es ist wirklich auch eine Kunst, eine Serie zu machen oder zu schreiben, wo es halt ab Sekunde eins losgeht und in einer Tour gut ist. Ja. Und das schafft, schaffen wirklich nicht viele. Das stimmt. Und, ähm, The Crown gehört auf jeden Fall dazu. Also, wie gesagt, es ist definitiv eine fantastische Serie, aber mir hat so, ähm, ich hab so auch so ein bisschen, äh, als ich die Serie mir rausgeschrieben hab, die ich geguckt hab, einfach mal so überlegt, was ist denn da hängen geblieben? Und bei The Crown ist bei mir wenig hängen geblieben und es gab schon ein paar andere Serien, wo ich, ähm, einfach so geflasht war und ein paar so leck mich im Arsch ist das geil Momente hatte, die mir bei The Crown halt nicht fehler haben, was die Serie nicht schlechter macht, aber es ist so. Ja, aber das ist aber auch die Story. Ich meine, da passiert halt auch keine leck mich im Arsch ist das geil. Ja, es ist halt auch historisch sehr akkurat. Genau, ja, also gehen wir mal davon aus. Also, wir haben das jetzt nicht alles am Einzelnen nachgelesen. Ich hab schon immer mal gegoogelt oder auf Wiki nachgeguckt, was die historischen Ereignisse betrifft, was natürlich jetzt hinter den verschlossenen Türen des Buckingham Palace passiert, da haben wir natürlich, gibt's natürlich wenig Verbürgtes, aber. Ja, das ist halt, also ich muss auch sagen, ähm, meine ganzen Serien außer Happy, das ist, sticht wirklich völlig raus mit der, mit der FSK 18 und mit der sehr prägnanten Gewalt auch, aber alles ansonsten ist bei mir alles sehr gut, moderat, moderat, moderat kann man sagen, ja, deswegen. Ja, bist du durch? Ja, trotzdem schaut's euch an. Dann kommen wir zu meiner Nummer 4 und was wäre eine Top 5 Liste oder eine, also, es wäre nicht meine Top 5 Liste, wenn ich mindestens einmal Mr. Robot vertreten wäre. Aber das haben wir doch dieses Jahr nicht mehr angeschaut. Doch, wir haben die letzte, doch. Ja, aber das war, das war dann vielleicht noch im Erno. Das war auch im Dezember. Ja, aber deswegen, ich hab extra nachgeschaut, deswegen, weil, na, also hätte ich Mr. Robot auch mit reingenommen. Ist doch egal. Bei mir ist es nicht mehr mit aufgeführt, egal. Bei mir ist es mit drin, laut meiner App haben wir die nach unserem Podcast fertig geguckt. Ja, das war, glaube ich, nur noch eine Folge. Ist egal. Jetzt hast du es aber sehr genau genommen. Und jetzt machen wir eine Top 5 nicht kaputt. Entschuldigung. Jedenfalls ist da Mr. Robot wieder mit drin, weil es einfach eine unfassbar geniale dritte Staffel war. Ja, absolut. Und, ähm, die hatte, ähm, ein paar, äh, herausragende Episoden dabei, die, äh, Kino-Format hatten, die einfach, ähm, ich glaub, jetzt, wo wir drüber sprechen, erinnere ich mich auch dran, dass wir schon über diese One-Take-Episode auch gesprochen haben, kann das sein? Ähm, wo halt einfach, ähm, ja, wo in einem, in einer Einstellung oder mit einer ohne Schnitt, also wie es halt auch in Birdman zum Beispiel schon, äh, der ganze Film so war, äh, die ganze Episode mit einem, mit einer Kamerafahrt auskommt. Ähm, fantastisch geschrieben, ähm, unglaublicher Mindfuck, ja, diese, diese ganze Serie, die, die, das wäre ihr im zweiten, in der zweiten Staffel auch fast ein bisschen zum Verhängnis geworden, ähm, muss aber sagen, dass die dritte Staffel, ähm, sehr, sehr gut daran getan hat, innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb weniger Episoden wieder aufzuräumen. Also die hat sehr schnell, äh, die Dinge wieder geordnet, äh, wo wir halt in der zweiten, also deswegen haben wir auch die dritte nicht sofort geguckt, als sie rauskam, glaube ich, das war so ein innerer, äh, so ein innerer Kampf, einfach so, uh, das ist schon immer sehr anstrengend, eigentlich weiß ich gar nicht mehr, wo oben und unten ist, und, aber dann kam die dritte, hat innerhalb von zwei Episoden alles wieder klar eingenordet, ja, und hat wahnsinnig viel wettgemacht und ist, äh, gehört mit zu dem Besten, also, es ist vor allen Dingen ja auch die Thematik, ja, ähm, ich hab jetzt noch gar keine Fakten vor, äh, vorgetragen, äh, Mr. Robot hat ja mittlerweile drei Staffeln, läuft auf Amazon Prime, läuft seit 2015, hat's auf zehn, zwölf, beziehungsweise zehn Folgen gebracht, also die zweite Staffel hat zwölf Folgen gehabt, ist von Sam Ismail, das ist der Schöpfer, und ich glaube, dass er, ähm, in den ersten beiden Staffeln auch komplett Regie geführt hat, das hat er in der dritten abgegeben, an, an andere, hat dem aber nicht geschadet, mitspielen tut, äh, Rami Malek, äh, als Elliot Anderson, der jetzt auch, äh, in Queen, äh, in dem Queen-Film, äh, als, äh, Bohemian Rhapsody, äh, als, ähm, Freddie Mercury, ähm, Freddie Mercury, ähm, auftritt und natürlich Christian Slater, ähm, spielt da mit, der da auch wieder seine Karriere so ein bisschen ankurbeln durfte, nachdem er da lange Zeit in der Bedeutungslosigkeit verschwunden war, ist auch Producer der Serie mittlerweile und hat, glaube ich, auch sogar mal, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, einen Emmy bekommen für, für seine Rolle als, als Mr. Robot, ja. Okay, dann kommen wir zu deiner Nummer drei. Ja, und zwar, meine Nummer drei ist Broadchurch, weil, ähm, also wir haben jetzt die letzten Wochen, haben wir jetzt dann die dritte Staffel gesehen und, äh, zwei, letztes Jahr haben wir die ersten beiden Staffeln gesehen und es ist jetzt halt so, dass auch hier wieder eine Serie, also drei Staffeln und es ist jetzt auch die letzte, die haben sich jetzt, finde ich, leider auch dazu entschlossen, nach drei Staffeln nicht weiterzumachen und, ähm, ja, aber es ist halt einfach, äh, eine Krimiserie auf ganz, ganz hohem Niveau und sehr atmosphärisch, sehr, sehr dicht atmosphärisch, wahnsinnig tolle Schauspieler, ähm, der Creator von der Serie ist der Chris, äh, Chipner, es gibt, wie gesagt, 24 Folgen auf drei Staffeln verteilt und, äh, es sind 48 Minuten pro Folge Mhm. Und, ähm, der Darsteller, jetzt haben wir auch hier wieder einen Doktor. Einen Doktor Who? Das ist der David Tennant. Wir haben, wir haben, wir haben circa zwei. Wir haben zwei Doktors. Mhm, die Jodie Whittaker spielt ja auch mit, das, die ist jetzt der neue Doktor. Stimmt, es sind sogar zwei Doktor, ja, ja, dadurch, dass ich halt, ich muss auch ehrlich sagen, also ich bin kein Doktor Who. Wir haben noch nie, ich habe noch nicht eine Folge Doktor Who gesehen. Ich schon, ich fange immer mit der, ich weiß jetzt nicht, welche Staffel das ist auf Netflix, ich glaube die erste und da fange ich immer an und denke mir so, ey, ich muss doch Doktor Who schauen, weil irgendwie die ganze Welt Doktor Who schaut. Nee, ist nicht unser Ding. Und irgendwie, ich komme, ich werde einfach nicht warm und auch hier wieder wird mir dann gesagt, ja, halt noch ein paar Folgen durch, dann wird es wieder gut und, äh, ja, es ist wie mit Vikings. Deswegen habe ich ja Vikings noch nicht geguckt. Auch hier wieder, ey, ab der zweiten Staffel wird es richtig und die dritte ist richtig geil und bla bla bla. Oder Better Call Saul, auch so eine Serie. Ey, ab der zweiten und dann ab der dritten wird es richtig geil, ey, Kinders. Macht es in der ersten richtig. Ja, genau, macht es in der ersten richtig, wenn es mich da nicht packt, dann was soll ich denn meine, ich kann euch nicht meine Zeit verschwenden, bis ihr mal in die Gänge kommt, also. Aber wir waren bei Broadchurch. Wir waren bei Broadchurch, Entschuldigung, ich schweib schon wieder ab hier. Genau, also David Tendon, ein Doktor. Dann die Olivia Colman, die wird die nächste Queen, Elizabeth, in The Crown. Genau, das haben wir gar nicht erwähnt zu The Crown, dass die, dass die Besetzung ausgetauscht wird jetzt in der dritten Staffel, weil natürlich auch ein Zeitsprung stattfindet. Genau. Das heißt, die Claire Foy wird vielleicht höchstens noch in Rückblenden zu sehen sein, genauso wie der Matt. Matt, jetzt habe ich es doch da, Matt Smith. Matt Smith, genau. Ja. Aber ja, die Colman ist, ich finde die fantastisch. Ja, die ist super. Also, ich muss aber auch sagen, ich bin echt gespannt, also wo ich das gelesen habe, dass die jetzt halt, also dass die Claire Foy nach zwei Staffeln aufhört, weil sie jetzt halt dann zu jung ist für die spätere Queen Elizabeth. Ja, da war ich so ein bisschen zwiegespalten, weil ich sie halt einfach toll finde in der Rolle. Und jetzt ist es dann halt, ja, jetzt neue Gesichter und ja, ich bin mal gespannt. Aber ich glaube, dass das schon auch die richtige Entscheidung ist, dass man einfach sagt, okay, man passt sich jetzt dem Alter einfach auch an und führt das Ganze halt weiter. Also, lieber neue Schauspieler, die dann Alter, das Alter auch treffend darstellen können, als immer mit Schminke und oder Computertechnik da rum zu wursteln. Ich finde es auch. Vielleicht ist das wirklich, ich lasse mich überraschen, aber ich denke, das ist eine gute Entscheidung. Ja. Ja, weil die anderen zwei, man hat halt zwei Staffeln schon jetzt mit denen gesehen und es ist halt wirklich tolle Besetzung. Jetzt aber wieder zu Broadchurch. Und zwar geht es, ja, da will ich jetzt gar nicht so viel verraten. Es ist halt die typische Krimiserie, was passiert in Krimiserien? Es stirbt jemand und dann wird das Ganze halt aufgedeckt. In der dritten Staffel wird niemand umgebracht, aber jemand vergewaltigt, was auch sehr, sehr drastisch, also drastisch nicht gezeigt wird, aber es geht einem sehr, sehr nah. Also es ist wirklich sehr emotional auch gefilmt. Und was die Serie halt auszeichnet, ist, dass die, es ist halt nicht mit so Technikgedöns begleitet. Also das ist wirklich klassische Detektivarbeit. Polizeiarbeit. Oder Polizeiarbeit, die gehen von A nach B, von B nach C, von D und fragen sich halt durch die Verdächtigen durch und irgendwann mal macht halt einer einen Fehler. Indizien sammeln. Indizien sammeln. Und dann halt wirklich sich die Latschen kaputt machen, also die Schuhe kaputt latschen, also und dann wird irgendwann mal die Falle zugeschnappt. Und ja, und das ist das, was das Ganze halt auszeichnet. Und ich finde, es hat auch so diesen, ja, diesen klassischen Charme einfach auch, was aber überhaupt nicht altbacken daherkommt. Ja, also es ist, also die erste Staffel, da geht es tatsächlich um den Mord. In der zweiten geht es um die Nachwirkungen dieses Mordfalls, namentlich eigentlich hauptsächlich um eine Gerichtsverhandlung. So viel sei, glaube ich, spoilerfrei erlaubt. Ja. Die dritte Staffel stellt einen neuen Fall dar. Das Fantastische an dieser Serie ist, neben den Bildern, neben den großartigen Darstellern, einfach dieser Mikrokosmos in diesem Küstenort Broadchurch, der namensgebende Küstenort. Das heißt, jeder Bewohner, jede Figur bekommt ihre Geschichte und die wird auch logisch und niemals aufgesetzt fortgeführt. Und es ist so dieses klassische Wer-was-Spielchen, wie man es halt von guten Krimis kennt, wo jeder irgendwie am Anfang verdächtig ist und jeder irgendwie Dreck am Stecken hat. Jeder hat so sein kleines, schmutziges Geheimnis und du rätselst halt immer schön mit. Wird auch getragen von der hervorragenden Chemie zwischen der Coleman und dem David Tennant. Ja, die Katzenmaus. Ja, genau. Er ist so leicht kratzbürstig. Sie ist eigentlich eher so die Herzliche und da prallen halt so zwei Welten aufeinander, aber sie haben sich da auch zusammengerauft. Das ist auch so eine spürbare Entwicklung ihrer Beziehung über diese drei Staffeln hinweg. Ich muss dazu sagen, die zweite hat mich enttäuscht, wäre jetzt zu viel gesagt. Ich fand die nicht so gut wie die erste, weil eben dieses klassische Katz-und-Maus-Spiel wegfiel in der zweiten Staffel. Das war halt ein Psychodrama, ein Psychogramm halt einfach. Psychogramm, genau, dieser Gesellschaft einfach. Das hat der dritten Staffel sehr, sehr gut getan, jetzt tatsächlich wieder mal einen Kriminalfall als Zentrum zu haben. Und ja, es ist eine fantastische dritte Staffel und schade, dass es aufhört, aber schön, dass es auf diesem Niveau aufhört. Also es ist wirklich grandios. Die geht mir, also ich weiß nicht, wie sie es schafft, aber die geht mir von der ersten bis zur letzten Minute unter die Haut. Wie du schon sagtest, diese Polizeiarbeit. Also wenn du zum ersten Mal siehst, also für mich war es eines der ersten Male, wie halt ein Vergewaltigungsopfer polizeilich behandelt wird. Und das klingt jetzt so brutal. Und es ist auch, für den Zuschauer ist es fast unerträglich, weil es ist halt extrem analytisch. Klar, die müssen ja Spuren sammeln. Ja, ja, das ist schon. Und das hört man in unzähligen Polizei- und Kriminalserien und Filmen hat man das gehört, dass die Polizei halt Spuren sammelt und Fasern und was. Aber wie das aussieht, was die Person da durchmachen muss. Und das hat mich schon, ich glaube in der ersten Folge der dritten Staffel war ich schon so, boah. Ja, das war schon sehr emotional. Also das geht ja an die Nieren. Das geht einem echt an die Nieren. Ja, und das ist, wie gesagt, das ist ein toller Kriminalfall mit tollen Figuren. Ich würde allerdings bei Broadchurch auf gar keinen Fall einen Quereinstieg empfehlen. Nein. Sondern wenn, dann bitte die erste Staffel gucken, dann die zweite und die dritte. Wie gesagt, die zweite ohne den Kriminalfall als Basis ist ein bisschen anders. Lasst euch da aber nicht entmutigen. Die dritte entschädigt euch für diesen Mangel zehnfach. Ja, aber ich fand jetzt die zweite jetzt gar nicht. Ich meine, das stimmt schon. Natürlich fehlt auch da hier wieder der klassische Mordfall oder Kriminalfall. Aber ich fand es trotzdem auch spannend, was jetzt halt, weil im Prinzip der Mordfall der ersten Folge wird halt nochmal aufbereitet durch dieses Gerichtstrama. Und auch da darf man natürlich jetzt nicht viel zu sagen, weil man ja sonst den Mörder verrät. Aber es macht halt auch was mit dieser Stadt oder mit diesem Dorf. Und das ist halt schon, finde ich schon spannend auch erzählt. Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Ja, du hast gesagt, du bist enttäuscht. Ja, weil ich möchte schon, für mich ist es schon ein essentieller Bestandteil einer Krimiserie, einen Kriminalfall als Zentrum zu haben. Aber haben sie ja als Zentrum. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn der Mörder gefangen ist, kommen wir später nochmal zu so einem Thema. Wenn der Mörder gefangen ist, ist hier erstmal so ein bisschen die Luft raus. Und natürlich ist es interessant. Ich weiß, welche Serie du meinst. Natürlich ist es interessant zu sehen, wenn das weitergeführt wird und was passiert denn danach. Und das ist, wie gesagt, ich mochte die auch. Aber es ist halt so ganz anders erstmal, als man es so gewohnt ist für so ein Serienkonzept. Auch mutig fand ich. Deswegen möchte ich da eigentlich nur so eine leichte Warnung vorweg schicken, dass das halt so ist. Und dass man sich darauf einlassen muss. Und es ist in keinem Fall eine schlechte Staffel. Aber es ist eine andere Staffel, als man jetzt nach der ersten vielleicht erwarten würde. Und die dritte ist wieder der ersten ähnlicher, fand ich, als es die zweite war. Ich weiß, aber irgendwie bin ich nicht ganz deiner Meinung. Weil die Serie heißt auch Broadchurch. Und Broadchurch ist das Dorf. Ja, und wie viel kannst du da stattfinden lassen? Genau. Und deswegen ist ja auch gut, dass sie auch nach drei Staffeln aufgehört haben. Und deswegen, es geht jetzt halt weniger um die zwei. Weil dann würden die Serien vielleicht anders heißen. Weil sonst hast du halt wieder dieses Monster of the Week. oder Crime of the Week, wo halt jede Woche quasi was Neues dann. Und da ist es halt nicht so. Und deswegen finde ich das schon ein rundes Konzept, das gut durchgeführt worden ist. Und deswegen auch bei mir auf Platz drei. Ja, kann ich. Deswegen muss ich da ein bisschen widersprechen. Kann ich, kann ich. Und ja, die dritte Staffel. Oder ist es jetzt so in seiner Gesamtheit? In seiner Gesamtheit. Okay, alles klar. Genau. Und ich habe, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Also wir haben sie, glaube ich, auf Netflix geschaut. Aber sie läuft auch auf Amazon. Wieso habe ich hier Amazon stehen? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Aber wir haben es auf jeden Fall auf Netflix geschaut. Ja, wir haben es auf Netflix geguckt, ja. Genau. Ja, sonst haben wir. So war ich durch. Also die ist durch, die Serie. Also kommt nichts mehr Neues leider. Kommt nichts mehr, nein. 2017 ist die letzte Staffel. BBC, glaube ich, ist es. ausgestrahlt worden. Fantastische Krimiserie für alle Fans. Ein ganz, ganz dickes, eine ganz, ganz dicke Empfehlung. Dann kommen wir zu meiner Nummer drei. Und auf meiner Nummer drei ist eigentlich eine Serie, die wir erst jüngst geguckt haben. Und zwar Olive Kittredge. Ja, ich hatte sie auch. In meiner vorderen Auswahl. Olive Kittredge ist eine Miniserie, eine Limited Series, wie es im Englischen so schön heißt, zu sehen auf Sky Ticket. Es ist eine HBO Serie, die meistens halt auf Sky zu sehen sind. Aus 2014 bereits. Also die ist schon vier Jahre alt. Die besteht auch nur aus vier einstündigen Folgen. Und Hauptrolle spielt Frances McDormand. Jeder kennt sie. Und auch ein gewisser Richard Jenkins spielt mit, den wir beide auch sehr mögen. Und in einer Nebenrolle Bill Murray. Das Autoren, Team und Regie sind alles Frauen. Also eine Jane Anderson und Elizabeth Stroud haben das Drehbuch geschrieben. Oder die Drehbücherregie eine gewisse Lisa Cholodenko, wenn man diese ausspricht. 8,3 von 10 auf IMDb. Finde ich fast ein bisschen unterbewertet. Weil das eine wahnsinnig hochkarätige Serie ist. Es ist eine sehr, sehr ruhige Serie, was wohl jetzt auch diese Wertung erklärt. Es ist eine Serie, deren vier Folgen sich über 25 Jahre erstrecken. Also 25 Jahre in der Geschichte der Familie von Olive Kittredge. Also Olive Kittredge, die namensgebende Figur, wird von der Frances McDormand gespielt. Die, naja, ich sag mal, eine schwierige Person ist. Ja, es gibt keine, nicht, also sie ist jetzt liebenswert, also ich finde sie liebenswert, aber sie ist schwierig. Nein, sie ist nicht liebenswert. Ja, sie hat das Herz eigentlich am rechten Fleck, aber sie kann es nicht so recht zeigen. Ja, also sie, ich habe irgendwo mal eine Inhaltsangabe gelesen, dass sie ja auch depressiv ist. Mhm. Das würde vielleicht das eine oder andere auch erklären. Aber sie ist alles aber nicht liebenswert, was mich nicht stört. Nein, überhaupt nicht. Nur die Menschen um sie herum, die sie näher kennen und lieben, auch nicht. Aber es macht es für Fremden natürlich umso schwieriger, mit ihr umzugehen. Ich habe mich so ein bisschen, natürlich war das danach, also für uns davor, aber rein chronologisch danach, an ihre Rolle an Three Billboards Outside Ebbing, Missouri erinnert gefühlt. Wobei jetzt bei Olive Kittredge schon noch einen Tacken zurückgenommen war. Also die hat jetzt nicht so eine forsche, mega forsche, aggressive Art gehabt. Es war ein bisschen subtiler, fand ich. Aber es hat mich, waren so ein bisschen ähnlich angelegte Rollen. Manchmal hatte ich auch so den Eindruck, dass sie gar nicht so der Mittelpunkt war. Ich glaube, die erste Folge, da geht es hauptsächlich um ihn. Da geht es hauptsächlich um Richard Jenkins als ihr Mann. Der Apotheker ist in dieser Küsten, das ist auch in einem See, liegt das, oder? Nein, es liegt am Meer. Am Meer? Es spielt in Maine. Ah, okay. Ist auch fantastisch bebildert, grandios geschrieben, fantastische Dialoge. Und was ich so dermaßen liebe an dieser Serie ist, dass so unglaublich viel zwischen den Zeilen passiert. Wir haben es auch in den Filmen öfter mal schon gehabt, das Thema, ich hasse es, wenn man mir Dinge erklärt, die man nicht erklären muss. Und dieser Grundsatz, show, don't tell, also zeig es und erzähl es nicht, der gilt ja für Serien genauso. Und das machen die meisterlich. Also das sind Gesten, Blicke, die dir innerhalb weniger Sekunden genau erklären, wie die Personen jetzt zueinander stehen, was die gerade denken, ob es sehr unangenehm ist. Also da ist die ganz groß drin. Und das liegt natürlich hauptsächlich an diesen Großkalibern von Schauspielern, die man dahin gesetzt hat. Frances McDormand ist eine Hausnummer, die hat zwei Oscars. Also die, und Richard Jenkins hat schon lange einen verdient. Ja, da hat er nicht auch einen Oscar bekommen? Weiß ich jetzt nicht. Müsste ich mal nachdenken. Jedenfalls vielleicht noch ein paar Fakten, also ein Fakt, ein Fakt, ein Fakt am Rande. Die Serie hat acht Emmys. Ja, das stimmt, das hast du noch nachgeschaut. Ja, die hat acht Emmys. Das ist schon krass. Das ist schon eine Hausnummer. Also unter anderem haben Frances McDormand, Richard Jenkins und Bill Murray Emmys bekommen für jeweils weibliche, männliche Hauptrolle und beste Nebenrolle. Beste Regie, bestes Drehbuch und beste Miniserie. Ja, und vollkommen zu Recht. Also das ist ein, das was Olive Kitteridge zeigt, ist ein Familiendrama mit leicht, ja, ich fand es manchmal auch lustig. Das ist aber, ja, ich würde es aber jetzt nicht als Tramödie bezeichnen, dazu ist es zu unlustig. Es ist schon in erster Linie ein Drama, aber mit schon leicht so satirischen Untertönen. Ich finde es lustig, aber in erster Linie dramatisch und das steht einem gut gemachten Kinofilm in nichts nach. Das ist im Prinzip wie ein Kinofilm. Das ist ein vierstündiger Kinofilm, der halt auch so ganz schön, also von Episode zu Episode immer so einen kleinen Zeitsprung macht. Und das ist, das hätte man so nicht im Kino erzählen können, weil kein Mensch sich einen Vierstundenfilm anguckt. Aber es ist von den Produktionswerten her, ist es ein Kinofilm, der in vier Stücke geteilt wurde. Fantastisch. Fantastisch. Auf meiner drei, jetzt werden wir natürlich fragen, wenn der die drei schon so lobt, was kommt da noch drüber? Ja, ich bin auch mal gespannt, hey. Also ich ahne ja, was Platz eins ist, weil ich glaube, das sind wir gleich. Aber auf jeden Fall Richard Jenkins, habe ich kurz nachrecherchiert, der hat nicht einen Preis bekommen, der Mann. Also zumindest kein Golden Globe und kein Oscar. Ja, aber immerhin ein Emmy für seine Rolle in Olive Kittwich. Ja, wie gesagt, auf Sky Ticket zu sehen, leider derzeit die einzige Option. Ich denke aber, wir werden das im Nachgang recherchieren und ich werde es, wenn es die Serien, die wir hier besprochen haben, zu kaufen gibt, dann packen wir das natürlich in die Show Notes. Falls ihr keine Gelegenheit habt, euch irgendwie so einen Sky Ticket Account zu klicken. Im Übrigen ein Tipp am Rande, wenn ihr sowas wie Amazon oder Netflix nutzt, dann habt ihr aber schon scheinlich irgendeine Plattform à la Amazon Fire TV oder Apple TV oder vielleicht kann das euer Fernseher. So ein Sky Ticket kostet so ein Probeabo, kann man sich schießen mal für 5 Euro, glaube ich, für die erste Registrierung, kostet ein Zehner im Monat. Kann man jederzeit kündigen, also es ist durchaus legitim zu sagen, hey, ich will mal diese Serie gucken, nehme ich mir jetzt mal einen Monat Zeit, sich für 10 Euro das Abo klicken, die Serie durchgucken und dann wieder kündigen. Ja, also es ist mit Abstand die schlechteste App von allen. Ja. Die ist furchtbar, wobei sie sie jetzt überarbeitet haben. Stimmt, es ist schon besser geworden. Es ist ein bisschen besser geworden, aber wir sind dann jetzt ein bisschen länger dabei geblieben, weil wir gesehen haben, dass sie im Backlog einen Haufen, also einen Haufen, sagen wir mal, schon eine Handvoll Serien hatten. Ja, du kommst da einfach um die Sky, also ich hasse ja eigentlich Sky, aber du kommst einfach nicht drumherum, weil die halt einfach HBO haben und wenn du HBO-Serien willst, ohne dass du halt sagst, ich kaufe es mir jetzt halt, sondern ich stream sie halt legal, dann musst du halt Sky. Ja, und das sind halt einfach Hochkaräter, die HBO da produziert. Ja, es ist halt einfach so, ja. Ich meine, wir haben jetzt auch, wahrscheinlich ist es nicht in unsere Top 5 gekommen, aber wir haben ja deswegen auch Sky-Ticket wieder genommen wegen Westworld. Ja, genau, stimmt. Zweite Staffel. Das war der Auslöser. Und ja, dann sind wir dabei geblieben und haben halt jetzt andere geguckt. Wir gucken immer wieder mal was. Ja, auch sowas, auch nicht in meinen Top 5, The Runaways zum Beispiel, Marvel's The Runaways haben wir dann weiter geguckt. Und eben, ja, Olive Kittredge war auf alle Fälle eine... Show Me a Hero haben wir gesagt. Show Me a Hero, ja. Das war auf alle Fälle eine grandiose... Silicon Valley. Die natürlich, ja, hat es auch nicht meine Top 5 geschafft, aber ist grandios. Ja, also Sky-Ticket bietet einiges an tollen HBO-Serien, vor allen Dingen. Der Rest ist, naja, weiß ich nicht so. Aber alleine wegen denen, man muss immer noch ein bisschen aufpassen, die fallen immer sehr schnell wieder hinten raus. Ja, also wenn da irgendwie eine Serie zu sehen ist, binge die mal durch. Genau. Vorsichtshalber, weil wir wollten zum Beispiel auch Pretty Little Liars. Nein, nicht Pretty Little Liars. Big Little Lies. Big Little Lies, genau. Ich kann die zwei immer, bringt die immer durcheinander. Die ist ja auch hoch, hoch gelobt. Wollte ich unbedingt sehen. Dann hatten wir endlich wieder Zeit, waren wir durch mit Westworld und waren sie weg. Ja, dann war es weg. Oder Atlanta haben wir uns auch die ganze Zeit irgendwie... Vorgenommen. Haben wir vorgenommen, irgendwie hat es uns nicht gepackt, ist auch weg. Zack, weg. Ja, so ist unsere Entscheidung einfach abgenommen worden. Ja, genau. Ja, soviel zu meiner Nummer 3. Dann kommen wir zu deiner Nummer 2. Und zwar, also meine Nummer 2, das ist jetzt schon sehr schwierig gewesen. Also die 1 und 2, also im Prinzip so, ich musste jetzt einfach die Abgrenzung machen, aber im Prinzip sind beide auf einem Treppchen, auf dem selben Niveau. Und kannst dir ja schon denken, was auf Nummer 2 ist, und zwar meine heiß geliebte The Marvelous Mrs. Meisel. Ja. Und das ist für mich halt einfach die Serie, die ich einfach wirklich, wirklich abgöttisch liebe. Also von der ersten Sekunde an und es ist halt, das ist jetzt halt mal zum Glück auch mal was Lustiges. Sie ist sehr, sehr lustig. Wer den Humor von den Cone-Brüdern mag, also das ist jetzt so ein bisschen... Um was geht's denn? Um was geht's denn? Also, also erstmal, wo ihr es schauen könnt, und zwar läuft auf Amazon. Amazon Prime. Amazon Prime. Es gibt eine Staffel, die zweite Staffel ist jetzt in den Startlöchern, die kommt jetzt demnächst. Und das habe ich auch noch kurz, glaube ich, weiß nicht, ob ich das... Sie hat 14, die Emmys kommen jetzt bald, sie hat 14 Emmy-Nominierungen. Sie hat schon zwei Golden Globes gewonnen. Und da geht's um die Marvelous Mrs. Meisel. Und die Mrs. Meisel ist eine verheiratet Frau und, ähm, ja... Spielt in welchem... Spielt in den 50er Jahren in New York. Mhm. Genau. Und sie hat ein etwas, ähm, ja, trauriges, wütendes Erlebnis mit ihrem Ehemann, dass sie dazu führt, sich auf eine Bühne zu stellen, auf eine Stand-up-Comedy-Bühne und halt Stand-up zu machen. Stand-up-Comedy. Und ab da hat sie halt Blut geleckt. Na, sie ist noch kein Star, aber sie steht halt regelmäßig auf der Bühne und gibt halt ihr Programm von sich. Und das Lustige ist ja, dass eigentlich ihr Mann genau das machen möchte, der aber null, null witzig ist. Mhm. Und, ähm, der sich halt auch so ein bisschen so durch die Reihen klaut. Und sie erzählt halt einfach von ihrem Leben, wie es halt immer am besten ist. Und ihr Leben ist halt auch schon sehr witzig, weil sie hat auch... Also sie ist ja Jüdin. Sie hat auch sehr strenge jüdische Eltern. Sie hat sehr reiche Eltern. Sie kommt natürlich aus der gehobenen jüdischen High-Class von New York. Und, ähm, ja, und da gibt's halt natürlich genug Situations-Comic. Weil, ähm, diese Welten, die auch da aufeinander prallen, ja, das ist halt, das ist halt sauwitzig. Und die ganzen Darsteller, da ist ja zumindest auch der, ähm... Wie spielt denn die Hauptrolle? Die Hauptrolle spielt die Razel Brosnahan. Die ich persönlich, also ich hab, muss dazugeben, ich hab sie nicht gesehen. Du drängst mich und wir werden es sicher gucken, weil ich glaube, dass mir die gefallen wird. Die wird dir gefallen, du wirst die gefallen. Ähm, die kannte ich bislang nur aus House of Cards. Ja, genau, da hat sie so eine kleine Nebenrolle gespielt. Da hat sie so eine, die, die... Und wir haben sie jetzt in Olive Kittredge, haben wir sie gesehen, hat sie auch kurz mitgespielt. Da hat sie eine Nebenrolle, genau. Die kennt man, glaube ich, vom Gesicht her, wenn man sie sieht. Namentlich dürfte sie den wenigsten jetzt was sagen. Wobei, wenn man jetzt ihr Bild auf IMDb, also das wird ihr eigentlich gar nicht gerecht, weil wenn man sie als Mrs. Meisel sieht, ist es, weil sie halt wirklich, also zuckersüß ist, sie ist wirklich eine bildhübsche Frau. Sie ist gepflegt, sie hat auch der ganze Look, diese 50er Jahre Kleidung. Also das ist wirklich ein Fest für die Augen. Also das ist Wahnsinn, die Frau ist wirklich der Hammer. Und genau, ihr, dann spielt auch der Alex Borstein mit. Ähm, Michael, mein Gott, Michael Segen. Marion Hickel, die Marion Hickel kennt man aus Two and a Half Men. Und zwar ist es die Ex-Frau vom nervigen Bruder von Charlie Sheen. Ihr habt die Serie vor Jahrzehnten gefühlt mal gesehen, also zeitlang auch. Aber genau, das war immer seine, wie hieß die in der Serie immer? Naja, egal, auf jeden Fall. Das ist, sie spielt ihre Mutter. Und dann spielt auch der Tony Chaloup mit. Das ist ja der, ah, sag mal. Ich weiß nicht, einfach weiter. Okay, einfach weiter. Und zwar Tony Chaloup und der Kevin Pollack, den kennt man aber auch. Das ist dann der Schwiegerpapa. Das ist der Mr. Meisel, also der Sohn von ihrem, äh, der Vater von ihrem Mann, genau. Genau, also das sind so mal die Hauptdarsteller. Also wenn man die dann sieht, die kennt man alle. Also der Tony Chaloup, Monk, danke, jetzt ist mir das eingefallen. Ah ja, erzähl ich. Der hat den Monk gespielt. Und der ist der Vater von der Mrs. Meisel. Und, also das ist wirklich ein Traum. Also die Besetzung ist einfach der Hammer. Und es passt halt alles auch so gut. Und, ja. 8,7 auf IMDb. Ja, sagt eigentlich alles, ne? Ja, sagt eigentlich alles. Ja, da, äh, komme ich sicher nicht drum rum. Und ich werde es ja auch gucken, also ich habe da jetzt wenig, äh, da regt sich immer wenig Widerstand, die zu sehen, außer dass du das halt, dass du das halt jetzt nochmal gucken musst. Na, das macht mir aber gar nichts aus, weil das ist halt wirklich, also die Serie, wo ich, also ich habe sie angefangen und das war wirklich so, die hätte ich in einem Stück durchschauen können. Ich glaube, ich habe einige Teile, ich habe dann, wenn du zum Beispiel mit ÖH oder AH Podcastest, dann habe ich die immer so durchgezogen. Genau, das wollte ich jetzt auch gerade erklären, weil wenn dich jetzt der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin fragt, wie um alles in der Welt kann es denn sein, dass du andere Serien guckst als ich, das liegt einfach daran, dass ich halt hin und wieder mal auswärts bin oder eben auch noch drei beziehungsweise zwei weitere Podcasts Produzierer, die in der Zeit halt würde ich dann... Ja, ich muss ja meine Zeit auch füllen. Genau. Wo du dann halt was anderes gucken kannst. Genau. Also es ist eher... Und getan habe. Genau. Eher selten, dass es umgekehrt ist. Eher selten. Ja, also The Marvelous Mrs. Meisel, schaut es euch an. Bist du großer Fan von, weiß ich, werde ich auch gucken, ist logischerweise noch nicht in meinen Top 5 vertreten, weil ich noch nicht gesehen habe. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe mal irgendwo mal ein paar Minuten mitgeguckt zu das Ende einer Episode, die du noch fertig gucken wolltest, habe auch ein paar Mal gelacht, mochte die Dynamik zwischen den Figuren und ich glaube, dass ich auch sehr viel Spaß dran haben werde. Auf jeden Fall. Ja? Ja. War das dein zweiter Platz? Ja, das war mein zweiter Platz. Jetzt bin ich mal gespannt auf deinen zweiten Platz. Mein zweiter Platz ist relativ schnell abgehandelt sozusagen. Wieso? Weil wir den schon hatten. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Und zwar ist das The Broadchurch. Oh. Also mein zweiter Platz ist definitiv Broadchurch geworden. Das habe ich jetzt aber nicht rausgehört. Ja, ich habe mich ja auch zurückgehalten. Ja. Weil ich jetzt so, wie du jetzt so ein bisschen reagiert hast, dachte ich so, ja passt, aber ist bei mir nicht mit drin. Nein, es ist definitiv Broadchurch, weil die dritte Staffel einfach mich so unglaublich abgeholt hat wieder. Und gerade auch im Lichte der zweiten, die mir nicht ganz so gut gefallen hat, wie die vorangegangene, hat mich die von der ersten bis zur letzten Folge einfach extrem gepackt, emotional auch mitgenommen, mich mitleiden lassen mit diesen Figuren. Wie gesagt, es ist auch die Tatsache, dass es die letzte ist und dass man dieser Serie einen solchen Abschluss gegönnt hat, auch mit der letzten Einstellung. Das ist ein toller Abschied. Das wünscht man sich für viele Serien, die leider ihre Halbwertszeit überschritten haben und trotzdem weitermachen, obwohl sie nichts mehr zu erzählen haben. Da finde ich, dass es halt schön, wenn eine Serie so aufhören darf, auch wenn es schade ist, weil sie so gut ist. David Tennant ist großartig, die Coleman ist super, die kompletten Darsteller. Jede Figur bekommt einen, das ist übrigens die Katze, die ins Mikrofon schnurrt. Sie saubert das Mikro an. Okay, jetzt durfte sie auch mal mitpodcasten. Ja, also es hat man vielleicht nicht rausgehört, aber Broadchurch ist definitiv mein Platz 2, eben weil ich so nicht damit gerechnet hätte, dass mich die dritte Staffel nochmal mit so einer Wucht abholt, wie sie es getan hat. Ja, ein sehr, sehr würdiger Platz 2. Und ich habe so eine Ahnung, dass wir mit Platz 1 vermutlich den gleichen haben. Ich glaube auch. Weil das ist halt einfach, ich glaube, das sprechen wir für viele, weil wir immer wieder auch mit manchen, natürlich auch über Serien reden oder Filme, also wenn wir auf andere Menschen treffen, was ab und zu auch mal vorkommt. Ja. Wir sitzen nicht immer nur in der Höhle und gucken Serien und Filme. Und zwar, das ist meine absolute Nummer 1 mit, ja, The Marvelous Mrs. Meisel, aber es ist jetzt halt mal allein auf Platz 1, okay. Das ist die Serie This Is Us. Ja. Genau. Bei dir auch? Ja, auch bei mir. Das können wir jetzt gleich in einem Abwasch machen. Genau. Und das, obwohl, das muss man auch dazu sagen, wir von den zwei Staffeln, die es tatsächlich nur eine gesehen haben, weil die zweite, da waren wir zu geizig. Die auf Amazon zu kaufen oder irgendwie so. Genau, die erste ist auf Amazon Prime kostenlos, die zweite kann man sich dort kaufen. Und ich bin leider, was heißt leider, ich stehe dazu, ich kaufe mir keine digitalen Inhalte. Wenn ich mir etwas kaufe, dann mag ich das im Regal stehen haben. Beim Laien sehe ich das ein bisschen anders. Wir haben uns schon sehr viele Filme geliehen. Beim Kaufen nein. Also eine Serie gleich gar nicht. Und Serien zu laien ist mir zu teuer. Ja, finde ich auch. Da kann man sich das auch gleich kaufen. Insofern, natürlich hätte ich echt Bock gehabt, also wirklich, wirklich, wirklich große Lust gehabt, weiterzugucken. Aber da bin ich zu geizig und das kann ich abwarten. Da wird halt die Vorfreude dann umso größer. Aber ja, die This Is Us war für mich eine der größten Überraschungen. 8,8 von 10 auf IMDb. Wie gesagt, zwei Staffeln gibt es, läuft seit 2016. Hat allerdings, das fand ich auch ein bisschen ungewöhnlich, 18 Folgen. Beide Staffeln, die erste und die zweite. Ist von Dan Fogelman, den ich nicht kenne. Der hat Galevant gemacht und so Zeug. Die füllt jetzt an der Mikro. Ja, ich merke sie. Die ist jetzt da ganz heiß drauf. Die ist angefixt. Ja, möchtest du noch ein paar Sachen erzählen zu den Darstellern vielleicht? Ja, aber den musst du aussprechen. Du meinst den Milo Ventimiglia? Ja, genau. Der Milo Ventimiglia, den kennt man aus Heroes vornehmlich. Und da ist er mir eigentlich nicht so positiv aufgefallen. Doch, ich mochte seine Rolle eigentlich schon. Ja, aber so als Schauspieler, den finde ich aber super in der Serie. Also ja, seine Rolle ist aber auch eine sehr dankbare Rolle, weil im Prinzip er spielt den Helden. Aber um was geht es denn eigentlich? Genau, um was geht es denn eigentlich? Und zwar wird in, was Oz sehr, sehr gut gemacht hat, in mehreren Zeitebenen über eine Familie erzählt. Also um den Milo und die Mandy. Die sind ein Pärchen. Und wie sie dann halt eine Familie gründen und ihre Kinder halt kriegen. Und ja, und dann wird halt, die erwachsenen Kinder werden dann halt auch gezeigt. Und denen ihr aktuelles Leben und ihre Probleme und ihre Familien. Und das wandert halt immer so hin und her. Und ja, aber super gemacht. Also gerade diese Zeitsprünge und so. Also gerade die erste und die zweite Folge, das ist wirklich so wow und oh mein Gott. Und also ganz toll geschrieben halt auch. Also es ist halt, ich erinnere mich immer, ich musste mich damals an diesen einen Satz, an dieses eine Zitat aus Gladiator erinnern, wo der Joaquin Phoenix zu seinem Vater sagt, seine Fehler als Vater sind meine Fehler als Sohn. Und das ist quasi die Maxime dieser Serie, die halt einfach diese Verbindung, also wie die Kinder aufgewachsen sind und wie sie sich jetzt im Erwachsenenalter verhalten, das quasi immer in Relation setzt. Und so durch diese geschickten Rückblenden in die Vergangenheit auch immer Erklärungen finden dafür, wieso die Kinder jetzt so sind, wie sie sind. Und das ist ganz, ganz, ganz großes Serienformat. Ja. Also es gibt kaum eine Folge, in der ich nicht Tränen in den Augen hatte. Ja, das ist ganz schlimm. Das muss man auch noch dazu sagen. Also schämt euch nicht eurer Tränen. Also ich glaube, ich habe 18 Folgen lang in einem Stück durchgeheult gefühlt. Ja, und zwar sowohl Tränen der Freude, Tränen der Trauer. Aber ja, es ist halt, ja, es ist eine ganz, ganz großartige Serie. Es geht halt um, wie gesagt, Mandy Moore und, hast du nicht schon erwähnt? Mandy Moore, nein. Doch, Mandy Moore habe ich erwähnt. Und dieser Milo Venti Miglia. Venti Miglia, das sind die Hauptfiguren. Dann Sterling K. Brown, der einen der erwachsenen Kinder spielt. Genau. Die Chrissy Metz. 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 Chrissy Metz. Und Justin Hartley. Genau, das sind die drei Kinder. Mehr habe ich jetzt aber auch gar nicht aufgespielt. Genau, es spielen die erwachsenen Kinder sozusagen. Und der Milo Venti Miglia und die Mandy Moore spielen die Eltern generationsübergreifend. Also da haben sie nicht die Darsteller ersetzt, sondern haben sie tatsächlich dann entsprechend älter oder auch jünger aussehen lassen. Was aber der Serie keinen Abbruch tut, die ist, wie gesagt, es ist fantastisch geschrieben. Es ist, eigentlich ist es ein Familiendrama in Reinform, aber jetzt, ja, mit ganz viel, wie sagt man denn, mit ganz viel Fingerspitzengefühl und sehr viel, überhaupt sehr viel Gefühl geschrieben und inszeniert und man muss auch dazu sagen, die Chrissy Metz spielt im Erwachsenenalter halt eine sehr übergewichtige, also eine Frau, die mit ihrem Gewicht zu kämpfen hat. Auch das ist ein zentrales Thema der Serie und auch der Umgang mit diesem Thema finde ich fantastisch. Ja, absolut. Sie hat ja diesen, naja, ihren Freund, der das auch so ein bisschen humorvoll auch, also sein eigenes Gewicht und auch ihr es halt auch so ein bisschen humorvoll behandelt, fand ich, finde ich toll. Und auch dieser Sterling K. Brown, das ist ein unfassbar, ist ein schwarzer, ein unfassbar guter Schauspieler, der mich ein ums andere Mal beeindruckt und ich hoffe, dass der irgendwer ist, ich habe so den Eindruck, der ist zu Größerem bestimmt, ja, also irgendwie wird man von dem noch einiges. Ja, man sieht ihn jetzt als nächstes im Predator-Upgrade. Ja gut, aber da hat er wahrscheinlich jetzt keine Sternstunde, aber. Nee, aber das ist halt auch die ganze Geschichte dann auch mit seinem Vater und also die ganze Familie halt auch, weil er ist halt verheiratet und hat zwei Mädchen und auch da, wie er dieses ganze Familie, wie die gezeigt wird und er ist halt auch ein toller Vater. Und ja, es ist halt einfach, es ist schön, schön, schön. Und ja, man denkt natürlich dann auch immer so an seine eigene Familie, dann auch immer so ein bisschen und ja, also gerade der Milo Feniglia, Feniglia. Sag mal der Milo. Der Milo. Ja. Das Milo. Das Milo. Der ist halt einfach, ja, so ein Vater. So ein Übervater. Das ist so ein Übervater. Ja. Ich glaube, also wenn da draußen jetzt hier da die neuen Väter, dann, also entweder guckt ihr die Serie und dann müsst ihr euch an Milo messen oder ihr guckt es lieber nicht. Und er ist nicht unfehlbar. Das ist ja nett. Ja, ist er ja nicht, aber er ist halt einfach toll. Ja. Also da wünscht sich jeder, man hätte so einen Vater. Definitiv. Großartige Serie. Wir beide fiebern dem Tag entgegen, an dem die zweite Staffel endlich. Ich habe jetzt extra nochmal geschaut, die läuft immer noch nicht auf Amazon Prime. Nein, nein. Vielleicht müssen wir uns die, müssen wir uns die vielleicht tatsächlich mal kaufen. Die gibt es aber auch noch nicht zum Kaufen. Die gibt es auch noch nicht zum Kaufen. Ach du meine Güte. Furchtbar. Ja. Sagen wir mal so, es ist jetzt bei uns jetzt im speziellen Fall, ist es ja nicht so, dass wir Däumchen drehend auf der Couch sitzen würden und auf die nächste Staffel einer Serie warten müssen. Nee, machen wir ja auch nicht. Sondern wir suchen uns dann ja einfach das nächste Opfer. Also wir haben genügend zu gucken. Ja. Ja, wir haben ja auch genug geschaut. Ich meine, das war jetzt wirklich aus 24, 5 rausziehen, das war jetzt nicht einfach. Und da waren jetzt aber auch manche, also man muss jetzt auch nicht sagen, dass die 24 alle scheiße sind. Es ist jetzt halt, man muss das jetzt einfach mal so runter komprimieren. Ja. Und da sind viele, deswegen habe ich mir, weil das war ja noch die Aufgabe, die Enttäuschung rauszuschreiben. Und was ich mir jetzt noch gemacht habe, ist besondere Empfehlungen. Also wo ich nochmal extra dazu empfehlen wollte, aus Gründen wie auch immer. Also doch, die Gründe werde ich schon nennen, nicht Gründe wie auch immer. Die haben auf jeden Fall, hat es die Gründe. Genau. Und magst du mit den Enttäuschungen mal anfangen oder soll ich anfangen? Fang du mal mit den Enttäuschungen an. Ja, ich glaube, da sind wir auch wahrscheinlich einer Meinung. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob wir es beim letzten Serien-Eintopf erwähnt haben. Und zwar, wir haben ja zwei Staffeln von The Fall angeschaut mit der Gillian Anderson. Und da gab es jetzt dann, die letzten Monate kam dann endlich die dritte Staffel auf Netflix. Ja. Und ja, wir haben uns die dritte Staffel dann angeschaut. Ja. Und ich war schon sehr enttäuscht. Ja. Also das hat nicht mal im Ansatz das gehalten, was die ersten zwei und vor allem halt auch die Figur von der Gillian Anderson, die ich halt wirklich abgefeiert habe, zwei Staffeln lang. Weil es halt wirklich eine, doch wir haben die schon besprochen. Weil ich weiß nur genau, dass ich gesagt habe, dass diese starke Frauenfigur halt wirklich. Ja, die ersten zwei hatten wir mit der letzten Serien-Eintopf schon, ja. Also die wirklich eine sehr starke Frauenfigur halt auch darstellt. Und es nur, also es kann gar nicht genug Filme oder Serien geben mit starken Frauenfiguren. Und das Ganze halt, ich weiß jetzt nicht, ob die keine Lust mehr, also es war ein bisschen lustlos, ist es dann fertig gedreht worden. Und ja, dieser Kriminalfall auch jetzt ist ja schon mehr oder weniger, kann man das sagen, aufgelöst. Naja, es ist halt so, wie wir schon vorhin mal angedeutet haben, wenn der Mörder gefasst ist und das passiert Ende der zweiten Staffel, das ist glaube ich kein großer Spoiler, dann ist halt die Luft aus einem Kriminalfall raus. Und was man dann aus den Nachwehen so macht, das hat halt Broadchurch zum Beispiel in der zweiten Staffel deutlich besser gemacht, als es jetzt The Fall in der dritten. Das Problem ist, das ist jetzt schwierig, das zu schildern, wenn man es nicht weiß, also wie die zweite Staffel ausgeht. Aber man würde ja jetzt irgendwie so eine Art Psychogramm eben erwarten des Killers in Form einer Gerichtsverhandlung oder wie auch immer aufbearbeitet. Aber es gibt, ich sag's jetzt mal, einen storytechnischen Twist, der so eine Art der Aufbereitung eben verhindert, was dann für den Zuschauer oder für uns jetzt im Speziellen so unbefriedigend ist. Und die Geschichte, so wie sie da präsentiert wird, eigentlich, ich weiß nicht wie viele Folgen lang, ich glaube sechs Folgen oder was das waren, einfach auf der Stelle treten lässt. Da geht nichts mehr vorwärts, da passiert nichts Nennenswertes mehr. Sie haben sich zwar da Mühe gegeben, irgendwie ein Finale zu bauen. Das ist sehr krass, weil es gibt ein, zwei Folgen, die sind auch ab 18 und wo du dann wirklich so, wow, also die Gewalt, die springt einem da ins Gesicht wieder. Und trotzdem ist es, für mich war es kein, kein toller Abschluss und vor allen Dingen eine Enttäuschung im Vergleich zu den vorangegangenen zwei Staffeln, die wirklich stark waren, die wir ja auch wirklich beide sehr, sehr mochten. Absolut, also für mich war es auf jeden Fall eine Enttäuschung. Ich, hab ich auch in meiner Liste tatsächlich, ich hab noch eine Enttäuschung und das ist Star Trek, Star Trek Discovery. Die haben wir gar nicht zu Ende geguckt. Also ich, für meinen Teil, bin ein riesen Science-Fiction-Fan und eigentlich gucke ich erstmal grundsätzlich alles, was sich da annähernd gut präsentiert. Nach dem Raumschiff aussieht. Nach dem Raumschiff, also The Expanse zum Beispiel ist auch eine Serie, die, naja, ich sag mal vom Niveau her, mit sowas, was wir jetzt unter den Top 5 führen, sicher nicht mithalten kann. Aber dennoch gut genug ist, um in diesem Mangel, in diesem Vakuum an guten Science-Fiction-Serien einfach gute Unterhaltung zu bieten. Und Star Trek Discovery, hab ich mich persönlich wahnsinnig drauf gefreut, weil ich halt Star Trek-Fan bin. Und durchaus der Meinung war, dass es nicht schadet, das mal wieder neu aufzulegen. Und wir waren von den ersten Folgen durchaus angetan. Aber auch hier haben sie dann eigentlich von der Geschichte her so eine Wendung drin. in eine Richtung, die mir überhaupt nicht getaugt hat. Null. Ja, ich glaube, das habe ich alles total verdrängt. Deswegen habe ich das jetzt gar nicht mit... Ich weiß auch, wir haben nicht weitergeschaut, weil es einfach irgendwie doof wurde. Genau, es wurde einfach doof. Genau, und dann deswegen... Aber ich habe das jetzt schon wieder so verdrängt, dass ich das jetzt gar nicht aufgeführt habe. Aber es ist genau das, wo ich sage, wir haben es geguckt beide und waren es ja angetan. Die ersten auch visuell natürlich, auch die Hauptdarstellerin, deren Name ich nicht aussprechen kann, die ja von The Walking Dead in Science-Fiction-Fach gewechselt hat, vom Zombie-Fach in Science-Fiction. Die finde ich fantastisch. Aber das nimmt einfach ein paar... Das liegt gar nicht so sehr an den Darstellern, sondern es liegt einfach an der Geschichte. Also ich weiß nicht, was sich die Autoren da aus den Fingern gesogen haben. Oder nix. Aber es hat mir nicht gefallen. Angeblich, habe ich jetzt gelesen, soll der Jean-Luc Picard, also der Patrick Stewart in Discovery wiederbelebt werden. Also der ist offiziell angekündigt, ich glaube auf der letzten, auf irgendeiner Con in Amerika ist es verkündet worden, dass Patrick Stewart seine Rolle als Jean-Luc Picard wieder begleiten wird. In welcher Form, wie das genau aussehen wird, weiß man nicht. Ist mit Sicherheit so ein Appetizer für Trackies, die freuen sich da alle drauf. Aber ja, alles in allem, ich persönlich kam damit nicht klar. So, jetzt kommen bestimmt wieder ein paar Leute um die Ecke und sagen, ja, wenn du das weitergeguckt hättest, das wird am Ende noch total super. Ich glaube, wir haben es bis zum Mit-Season-Finale haben wir es noch geguckt. Ja, das haben wir dann. Und dann haben wir es bleiben lassen. War uns tatsächlich zu doof. Hast du noch eine Enttäuschung? Ja, schau mir, Hero. Ja. Weil das wirklich mal, also wir sind ja schon auch HBO-Fans. Ja, haben wir schon zum Ausdruck gebracht. Genau, und es gibt wirklich genug Serien, die das untermauern. Aber die Serie ist langweilig. Aber so richtig langweilig. Ja, es ist eine Poliz-Serie. Ja, das muss ja nicht verkehrt sein. Ich meine, die Politik kann spannend sein. Hauptrolle spielt der von uns beiden sehr geschätzte Isaac. Wie heißt der mit Vornamen? Oscar Isaac. Oscar Isaac. Ich wollte Chris Isaac sagen. Den wir ja mittlerweile aus Star Wars kennen. Ja. Aber wir auch schon zum Beispiel von dem Großartigen, von den Coen Brothers. Jetzt fangen wir den Titel auch nicht ein. Inside Lewis. Inside Lewis. Luin Davis. Luin Davis. Also ich mag den, ich mag den wirklich sehr. Er kann auch nichts dafür, dass seine Figur unsympathisch ist. Es geht um einen ... Vor allem der Titel ist so verwirrend. Also Schau mir Hero. Ich meine ... Zeig meinen Helden. Zeig meinen Helden. Und dann denkst du, wunderbar, was da jetzt kommt. Und du weißt, wenn du es jetzt hinten so auf der DVD oder auf der ... Ich glaube, es gibt keine Blute. Doch, es gibt keine Blute. Ey, geht sehr wurscht. Du liest dann so die Inhaltsangaben und denkst so, ja, Lokalpolitiker, der sich für was einsetzt und so. Und denkst so, ja, da Schau mir Hero. Das heißt dann so, da kommt die Mafia oder was weiß ich was. Der wird dann vielleicht noch abends dann irgendwie abgefangen oder geschlagen und so. Also nein, so dramatisch wird es wirklich nicht. Es ist halt einfach, da geht es um Sozialwohnungen, da geht es halt auch um Rassismus, da geht es um, ja, wer hat im Rathaus den längsten und so weiter und so fort. Also auch hier wieder um Macht und Ränke und, ja, und er möchte sich halt einfach, er möchte eine Linie fahren, er möchte sich dafür einsetzen, dass die Sozialwohnungen gebaut werden. Und letztendlich werden sie auch gebaut, aber dann ist er auch schon nicht mehr im Amt, er ist ja dann auch Bürgermeister und so weiter und so fort. Aber das Ganze wird so unpersönlich und undramatisch aufbereitet. Ja, es geht, im Kern geht es ja darum, dass ein New Yorker Stadtteil von einem Gericht dazu verdonnert wird, gezwungen wird, Sozialwohnungen für Schwarze zu bauen. Das ist, glaube ich, so der Kern. Das ist der Kern, ja. Da gibt es halt Pro und Contra im Stadtrat und dann wird der Haushalt, also gerichtlich werden sie zu Strafen verdonnert und der Haushalt eingefroren und die Stadt ist kurz davor, pleite zu gehen, weil sie nicht wollen. Also es ist ein, man hat so das Gefühl, es ist eine einzige Stadtratssitzung, wo viel geplärrt wird. Wie viele Folgen? Ich weiß gar nicht, wie viele. Ja, nicht viel. Sechs, glaube ich. Hat nicht viele. Aber ja, das Problem ist, dass die zentrale Figur, namentlich von Oscar Isaac gespielt, temporär Bürgermeister dieses Stadtteils leider nicht sympathisch genug ist, als dass sie als Identifikationsfigur da durchgehen würde. Vor allem halt, ich meine, wenn man sich das jetzt hier nochmal anschaut, der Regisseur ist Paul Haggis. Ja, ja. Und Paul Haggis ist ja schon eine Hausmarke. Deswegen haben wir es uns ja auch angeguckt. Wahrscheinlich, ja. Aber das selbst, das an Autoren. Das ist auch historisch akkurat, also es passiert auch wahren Ereignissen. Ja, man sieht ja dann auch am Ende dann wieder die ganzen Figuren. Die Bilder von den echten. Ja, die ganz gut gecastet worden sind. Ja, 8,1, aber ja, uns hat es nicht gepackt. Nee. Uns fehlt da irgendwie der Emotionale. Wir haben es durchgehalten bis zum Schluss. Dazu ist es einfach zu gut produziert. Also es ist jetzt wirklich handwerklich kein Fehlgriff, aber leider hat es uns nicht emotional abgeholt. Ich glaube, wenn sie noch länger gedauert hätte, hätten wir aufgehört. Ja, das kann sein, ja. Ich habe noch eine Enttäuschung. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, da wirst du mir wahrscheinlich nicht beipflichten. Ja. Handmaid's Tale. Oh, ja, nee, werde ich nicht beipflichten. Handmaid's Tale ist eine HBO-Serie ebenfalls. Nee, eine Hulu-Serie, Entschuldigung. Eine Hulu-Serie, hochgelobt, basiert auf einem Buch, der Reporter Markt. Geht's um eine, naja, um eine dystopische Zukunft, in der quasi gebärfähige Frauen Mangelware sind. Also die Frauen werden quasi reinweise unfruchtbar. Und um die, äh, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern, werden diese Frauen, hu, in eine Gesellschaftsform gedrängt, die, naja, der Sklavenhaltung nicht unähnlich ist. Ja, unter dem Deckmantel der Religion. Genau, unter dem Deckmantel einer, einer Religion, äh, um, um, um den Fortbestand der, der Menschheit, äh, zu sichern. Genau, äh, die Autorin des Buches heißt Margaret, ähm, Edward. Mhm. Und kennt, kennt man angeblich, ich kannte das Buch nicht. Ich hatte das schon gelesen, ich hatte auch den Film schon gesehen. Und jetzt, jetzt ist es halt so, dass es eigentlich von der Thematik her hier so eine Dystopie, ähm, genau mein Ding sein müsste. Letztendlich, äh, also die, 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 die Geschichte zentriert sich um, 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 um eine Markt, ja. Ähm, ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass, also ich finde die gut, also die, die Schauspieler sind alle durchweg, ähm, der Joseph Feins spielt auch noch eine Hauptrolle als ihr Herr und Meister sozusagen. Und, aber ich fand die Inszenierung dann einen Tick zu zäh. Mhm. Das, also ich, ich fand die. Ja, wobei ich weiß ja noch, du hast ja währenddessen immer so ein bisschen Probleme damit gehabt. Ja. Also es hat dich halt einfach nicht so gepackt. Nee, es hat mich überhaupt nicht gepackt. Ich, ich fand's, ich mochte es, also ich, ich hätte es gern gemocht, ähm, aber immer wieder waren so Sachen dabei und, und, und es war wie gesagt eine sehr, wo, wobei mich das prinzipiell gar nicht so sehr stört. Es gibt Serien, die sind ruhiger als die und, und, und finde ich trotzdem gut. Aber da ist mir das, das war mir dann zu zäh. Okay. Deswegen war es für mich eine Enttäuschung, weil ich aufgrund dieser vielen, vielen Vorschusslorbeeren, ähm, hast du die ja sogar gekauft. Mhm, ja. Ja. Weil die nirgendwo zu sehen war. Ja, außer bei Entertain, aber ich schließe jetzt bei der Telekom nicht noch ein Abo ab. Nee, 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 das, das hätte uns dann gerade noch gefehlt. Ja, genau. Das haben wir nicht gemacht und jetzt haben wir es halt gekauft. Eigentlich blind, weil wir wussten, also eigentlich ging ich davon aus, dass es... Ja, weil es hat ja auch viele Preise auch bekommen. Ja, Emmys, glaube ich, auch, ne. Ja. Ist, ist hochgelobt und dachte mir, da kannst du jetzt echt nicht viel falsch machen. Und leider, leider... 8,6. 8,6 auf IMDb, da sieht man es mal wieder, ähm, dass es halt doch eine sehr, eine sehr subjektive Angelegenheit ist, ob einem sowas gefällt oder nicht. Das war das iPad, was einen Schlag gelastet hat. Frau macht hier Geräusche. Ja, Entschuldigung. Ist der, der Foley-Artist, der für die Geräusche zuständig. Meine Katze ist jetzt aber schon weg und die schläft jetzt da. Ja, ähm, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber für mich ist es deswegen jetzt aber keine Enttäuschung. Also ich, letztendlich mochte ich die Geschichte, ähm, ich finde es auch von den Bildern her, auch von der Bildsprache her, auch von den Kostümen her, also von allem. Also es ist ein bisschen zäh inszeniert, da gebe ich dir recht, aber das hat jetzt mein... Also ich habe es gern geschaut, ich schaue auf jeden Fall auch die zweite Staffel. Also ich mag... Ja, ist halt blöd, wenn man es jetzt dann wieder kaufen muss, weil das... Ich hoffe, dass das... Aber es läuft ja wirklich nirgendwo anders. Das ist irgendwie... Also dass Hulu es noch nicht nach Deutschland irgendwie schafft. Also weißt du... In irgendeiner Form. Was mir noch einfällt, was mich verstört hat. Weißt du... Ähm, ich mag es ja, wenn eine Serie und oder ein Film, respektive ein Regisseur, eine sichtbare Handschrift hinterlässt. Also ich mag ja, wenn ein Film einen Stil hat, im Sinne von erkennbar, hat sich jemand Gedanken gemacht über die Bildkomposition etc. Das macht Hulu, das macht Handmaid's Tale auch, aber die arbeiten mit einer gefühlt zwei Millimeter Terfen, äh Terfen, ach du meine Fresse, Schärfentiefe. Das ist doch mein Part, immer hier rum zu wursteln. Also mit zwei Millimeter Schärfentiefe, das heißt, so ganz nah an den Gesichtern und zwei Zentimeter dahinter alles unscharf. Und das ist ein Stilmittel, das ich prinzipiell jetzt nicht schlecht finde, aber das ist halt das Einzige. Also das machen sie ständig. Und das hat mich dann auf Dauer einfach so ein bisschen angenervt und ja, immer alles unscharf Zeilen, hübsch und ja, wie gesagt, die Inszenierung war mir zu zäh, der Stil hat mir nicht so zugesagt und andere mögen die Serie abfeiern. Ich persönlich war enttäuscht. Okay, na gut. Ja, dann sind wir tatsächlich durch, haben wir auch eine schöne Zeit erreicht. Siehst du nicht zwei Stunden Ruhe an dann, ja, sondern wir haben in einer Stunde 20 Minuten unsere Top 5 und die größten Enttäuschungen der letzten neun Monate besprochen. Ich würde sagen, wir lassen es auch gut sein. Wir müssen jetzt nicht alle Serien durchschrattern, die wir noch so geguckt haben. Nein, das machen wir jetzt nicht. Ich habe jetzt nur zwei, also das, was du halt, ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben als besondere Empfehlungen, weil es... Als ehrenwerte Erwähnung. Als ehrenwerte Erwähnung und zwar, da ist jetzt auch die Olive Kittredge mit dabei und ich, weil es halt mit vier Episoden halt so eine Mini-Mini-Serie, deswegen ist sie jetzt in meinen Top 5 nicht gelandet, aber auch hier wieder ist sie für mich eine besondere Empfehlung gewesen. Und was ich halt noch empfehlen würde, vor allem halt auch den ganzen Müttern mit ihren Töchtern da draußen und zwar läuft die Serie auf Netflix und das ist von mir die heiß geliebte Anne with an E. Also die Geschichte Anne of Green Gables, das gibt es ja auch die Bücher und es gibt, gab es auch schon mal als Serie, es gibt es auch schon als Zeichentrickserie, die war ganz schlimm. Und es ist halt einfach diese, ja, so eine Coming-of-Age-Geschichte, also die Anne ist halt ein Waisenkind, die von zwei Geschwistern, die jetzt auch schon ein bisschen in den älteren Jahren sind, adoptiert wird. Und sie ist halt, ja, sie ist sehr fantasievoll, sie redet viel, sie ist sehr klug, sie hat rote Haare und ja, sie kann halt einfach den Mund nicht halten. Sie ist ein sehr anstrengendes Mädchen und das macht es natürlich auch nicht einfach für sie und für ihre Umwelt und wie das Ganze halt auch aufbereitet wird. Und ich finde halt den Grundgedanken dieser Serie einfach schön, dass auch schwierige Menschen eine Daseinsberechtigung haben und diese Welt halt einfach auch bereichern. Und allein hier auch deswegen die Empfehlung an Mütter und Töchter, also schaut es euch an, es ist halt einfach auch hier wieder in den Zeiten des Perfektionismus und was weiß ich was, man muss so und so aussehen. Das Mädel ist, ich finde sie sehr süß, sie ist sehr hübsch, aber sie ist halt rote Haare, sie hat halt Zähne und Sommersprossen und was weiß ich was. Sie hat Zähne. Ja, sie hat sehr, sehr herausragende Zähne, finde ich, also die sind schon, aber. Ich weiß, was du meinst. Naja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, es ist wirklich eine tolle Serie, schaut es euch an, ich habe es sehr gern geschaut. So, das war auch so eine Serie, wo ich allein geschaut habe. Also wenn du ehrenwerte Erwähnungen sagen darfst, dann darf ich auch noch zwei. Das eine wäre, weil wir beim Thema Mangel an Science-Fiction-Serien sind, wäre Electric Dreams. Ja, ja, genau. Wie der ein oder andere von euch schon weiß, bin ich ein riesen Philip K. Dick Fan und Electric Dreams ist quasi eine Anthologie-Serie, die auch von Brian Cranston produziert wird, der auch in einer Folge die Hauptrolle spielt, wo Kurzgeschichten von Philip K. Dick quasi in Serienform umgesetzt werden. Ja, und die ist ganz toll. Die ist super, hat auch so das Problem der schwankenden Qualität, das hängt halt wieder so ein bisschen vom Thema ab, aber ich finde die ganz, ganz großartig, ist jetzt nicht, es wird gern mit Black Mirror verglichen, ich verstehe den Sinn nicht ganz, weil es in eine andere Richtung geht, weil das ist schon eine viel, viel utopischere Sicht auf die Zukunft, als das Black Mirror ist. Black Mirror ist viel näher an der Realität und Electric Dreams ist viel mehr Science-Fiction, aber ich mochte die sehr, sehr gerne und ich hoffe, dass da noch eine zweite Staffel kommt, gibt es auf Amazon Prime zu gucken, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ist eine ganz, ganz tolle Serie für alle Science-Fiction-Fans. Und das zweite, was ich gern noch erwähnen würde, hat es auch nicht in die Top 5 geschafft, ist aber eine großartige Serie, die Alien ist. Ist auch ganz toll. Wie heißt die auf Deutsch? Die Einkreisung. Die Einkreisung, ganz furchtbarer deutscher Titel. Spielt Daniel Brühl mit, spielt eine von den Fanning-Schwestern, Dakota Fanning und der Luke Evans, spielen die Hauptrollen, spielt im New York des 19, also irgendwas, 1800 noch was. Das ist meine Lieblingszeit, also einer meiner Lieblingsepochen. Aber eigentlich in England, eigentlich eher London dieser Zeit. Das macht es so ein bisschen ungewöhnlich, weil eigentlich hätte man die Serie in London erwartet. Genau, das stimmt. Aber es geht halt um Morde, um Mordfälle, um Serienmörder, ist ein angenehm anderer Blick auf dieses Genre. Das ist nicht so das typische Jack the Ripper-Ding, sondern ich mochte den sehr, weil dieser Daniel Brühl spielt da einen Psychologen. Und seine Sicht auf die Dinge ist wirklich super interessant. Sehr analytisch auch. Genau, sehr kalt auch teilweise. Der Luke Evans spielt ja den Zeichner, also so einen Pressezeichner. Früher konnte man nicht einfach Fotos machen, da musste man zeichnen, der diese grausigen Morde dann auch zeichnen darf. Und die Dakota Fanning spielt wohl eine Polizei, also die einzige Frau im Polizeiapparat, die ihnen da so nebenbei ein bisschen hilft. Also ist eine sehr düstere, aber toll gefilmte Serie, die, soweit ich weiß, auch eine Fortsetzung kriegt. Und ich weiß zwar nicht, wie die aussieht, muss ja dann irgendein neuer Fall sein. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein neuer Fall, weil da gibt es ja auch Bücher, die aber hier in Deutschland sehr schwer zu kriegen sind. Also aufgrund dessen, weil die Serie jetzt läuft, gibt es den ersten Teil, was auch wirklich in Deutschland die Einkreisung heißt. Aber dieses Team hat natürlich mehrere Mordfälle und da gibt es dann auch mehrere Bücher, die irgendwie, ja wie gesagt, irgendwie nicht zu kriegen sind. Ja, aber es ist eine tolle Serie, die in jedem Fall noch eine Erwähnung wert ist, wie ich finde. Okay. Gut. Jetzt. Dann. Jetzt müssen wir aber aufhören, weil sonst besprechen wir echt alle 24 Serien. Ja, dann. Aber ihr seht, wie schwierig das auch immer ist, sich da wirklich halt auf fünf Stück zu begrenzen. Ja. Weil letztendlich hat man doch schon sehr viel gesehen und sehr viel Tolles auch gesehen. Was gibt es denn an Ausblick? Oh, Ausblick. Naja, wir gucken ja gerade auf Amazon The Terror. Mhm. Und da hast du ja schon so ein bisschen deine ersten Bedenken geäußert, dass dich das jetzt nicht so packt. Mhm. Auch hier wieder 8,1 so viel im TB. Deswegen habe ich gesagt, wir gucken es jetzt weiter. Ja, wir werden es weiter gucken. Nee, ich meine jetzt eigentlich eher generell, Podcast-mäßig Ausblick, nicht Serienausblick. Ach so, Entschuldigung. Hm, dachte ich nicht. Ja. Was kommt denn ins Kino? Was haben wir denn gesagt, was wir jetzt als nächstes gucken? Moment, ich habe es gleich. Du musst jetzt noch irgendwie. Dün, 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 dün. Genau, das wollte ich jetzt hören. Was kommt denn demnächst in Deutschland? Ja, das Problem ist, also das ist wirklich, dass wir das nächste Mal ins Kino wahrscheinlich zu Predator Upgrade kommen. Weil, ähm. Der läuft Mitte September. Der läuft erst Mitte September. Weil jetzt, äh, jetzt nächste Woche, jetzt am 6. läuft Alpha an. Und, äh, nein, den werden wir nicht gucken. Nein. Weil ich auch hier wieder gelesen habe, dass die Dreharbeiten für die Tiere wohl nicht sehr angenehm waren. Und dann werde ich diesen Film auf gar keinen Fall unterstützen, abgesehen davon. Das ist es mit den Wölfen, oder? Das ist es mit den Wölfen, ja. Weil es muss ja ums Verreckt noch erzählt werden, wie der Mensch und der Wolf eine Freundschaft eingegangen sind. Und, sorry, also. Naja, egal. Braucht der Mensch, der Trailer ist auch so scheiße. Naja, aber ist auch nicht schlecht, weil, ich meine, es sind ja nur mehr zwei Wochen. Ja, genau. Und, äh, wir müssen ja jetzt nicht jeden Sonntag hier eine Folge machen. Nein. Das heißt, wir können auch mal. Dann habt ihr auch wieder Ruhe von uns. Dann habt ihr auch mal wieder eine Woche Pause vor uns. Genau. Ja, ähm. Dann würde ich sagen, das reicht auch erstmal, oder? Dann gucken wir im September auf alle Fälle Predator. Und die nächste, den nächsten Serien-Eintopf, den kriegt ihr dann halt vermutlich wieder mal so einem halben, dreiviertel Jahr zu. Wahrscheinlich, ja. Wenn mal wieder ein bisschen was geschaut haben. Wenn mal wieder ein bisschen Luft ist. Ähm. Ich glaube, so, ähm, Herbst ist, Herbst, Winter ist wieder Serienzeit. Wobei wir uns da noch nie nach den Jahreszeiten orientiert haben. Bei uns ist das immer wurscht. Genau. Wir gehen halt, wir gucken halt, wann es uns passt und nicht, wann es dem Wetter passt. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, äh, ja, geben wir das Wort wieder mal an euch. Ja, wir freuen uns über jede Art von verbaler oder auch finanzieller Zuwendung. Und wer uns unterstützen oder Rückmeldung geben möchte, der kann seinen Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook oder YouTube folgen. Er kann diese oder jede andere Episode kommentieren. Uns eine Nachricht schicken. Uns bei iTunes bewerten. Uns bei Pornoptikum.io empfehlen. Über unser Partnerprogramm bei Amazon einkaufen. Oder uns eine Sache und Geldspende zukommen lassen. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens. Und natürlich auf kat.exklamatio.de. Okay, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören, fürs Durchhalten. Auf jeden Fall. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.